Ja und eigentlich war an dieser Stelle ein Gespräch mit Peter Büstron geplant, der hat aber kurzfristig abgesagt. Deshalb jetzt bei mir im Studio der bayerische AfD-Europaabgeordnete Markus Buchheit. Herzlich willkommen. Grüß Sie. Herr Buchheit, zuallererst mal ganz aktuell, die rechten Parteien haben Sie aus der Fraktion geworfen, die AfD. Wie wollen Sie ohne Partner jetzt dann noch was erreichen? Wir haben jetzt noch zweieinhalb Wochen zu überstehen bis zu den Wahlen am 9. Juni. Das schaffen wir auch noch ohne Fraktion jetzt gerade. Die Frage ist dann, wie es in Zukunft weitergeht. Und ob wir weiterhin außerhalb der Parteienfamilie stehen. Ich kann sagen, von der Bundesspitze und von meiner persönlichen Wahrnehmung aus, überlegen Sie, ich war zehn Jahre in dieser Fraktion, vorher als Mitarbeiter, dann als Abgeordneter, ist es natürlich extrem wichtig, international angeschlossen zu sein. Insbesondere jetzt, wenn Sie mehr oder weniger Ihr Lebensprojekt verwirklicht sehen oder wir auf dem Wege dorthin sind. Und das war die große geeinte Rechtsfraktion, wenn Sie so wollen. Jetzt haben wir auch im Wähler-Check eben gesehen die aktuellen Zahlen. Die Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, naja, irgendwie die Interessen von Russland und China werden hier mehr vertreten als die deutschen oder bayerischen Interessen. Kann man denn so den Wähler überhaupt überzeugen? Es ist sicherlich jetzt gerade so, dass extrem viele Vorwürfe im Raum stehen. Das überschattet den Wahlkampf. Deswegen bin ich als Sonne jetzt quasi heute hier aufgetreten. Es ist da doch eine bizarre Mischung jetzt gerade aus verschiedenen Interessen da. Und es fällt natürlich sehr, sehr schwer, die Meinung zu vertreten, wir wollen Handel mit China treiben. Wir wollen auch günstiges russisches Gas in Deutschland haben. Wenn man von solchen Skandalen überschattet ist, wie es momentan der Fall ist. Aber man könnte sich auch ganz klar gegen Russland stellen und dadurch dann vielleicht eben diesen Eindruck nicht erwecken. Warum machen Sie das nicht? Weil wir von vornherein gesagt haben, das Gas ist immer gut geflossen von Russland. Es ist sehr, sehr wichtig für uns als Industriestandort und als Wirtschaftsstandort. Und dazu bekennen wir uns weiterhin. Und man muss natürlich auch sagen, die Nord Stream-Anschläge sind nach wie vor nicht aufgeklärt. Wären wahrscheinlich auch nur sehr, sehr halbherzig aufgeklärt. Und da fordern wir natürlich schon, Aufklärung ist ja auch Ihr großes Thema heute, wenn ich das richtig annehme, dass diese in dieser Richtung weiter ermittelt wird. Wir haben nie gesagt, wir unterstützen den Kriegskurs Russlands, das überhaupt nicht. Aber wir haben gesagt, wir haben Russland als Wirtschaftspartner im Energiebereich gesehen. Und ich glaube, wir merken gerade schmerzlich an unseren Stromrechnungen und Gasrechnungen, dass uns dieser Partner abgeht. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, wenn ich das nur ergänzen darf, haben die Sanktionen, wie wir sie bis jetzt gehabt haben, tatsächlich zum Erfolg geführt? Ist also der Krieg eingestellt worden? Ja, ohne Sanktionen, ohne Waffenlieferungen müsste die Ukraine kapitulieren, das ist ja klar. Wenn wir früher zu einem Ergebnis gekommen wären in der Ukraine, für das wir uns ausgesprochen haben, sprich Volksherstellungen in dem Jansk, Luhansk und so weiter, im östlichen Teil, wenn Sie so wollen, wo wir eine mehrheitlich russischsprachige Gesellschaft haben, dann wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Es sind Hunderttausende von jungen Leuten dort gefallen. Und deswegen ist es natürlich in unserem Interesse, und ich denke, es ist im Interesse jedes Menschen in Deutschland, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Ich halte aber fest, also das heißt, Russland wäre aus Ihrer Sicht quasi legitim, die ostöstlichen Teile des Landes als sich einzuverleiben. Wie gesagt, ich habe explizit jetzt von Abstimmungen geredet, also man müsste das dort selber herbeiführen und müsste die Leute entscheiden lassen, wo sie stehen wollen. Und an diesem Punkt war man ja vor einigen Jahren schon. Herr Buchert, danke für den Moment. Wir sprechen dann gleich weiter. Wir wollen jetzt erstmal nochmal ganz genau aufs Wahlprogramm der AfD schauen.